Dann geht's jetzt weiter zu Serum City, glaube ich. Ne, zuerst noch die Rural Hills. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war das so eine Übungs- oder Level-Ebene. Hallo, Schild. Kann ich mit dir reden? Ach, schade. Kann ich mit dir reden? Nein. Hm. Was machen die für ein Schaden? Ich mache meinen Böhrn. Mach du mal einen Tensaken Slash auf den da. Ja, ist nicht schlecht. Sie sind echt nicht schlecht, die Gegner. Ich glaube, Tremor war bei denen recht gut. Was macht denn der... Runner? Mach du Biest-Fan-Kart auf den. Tensaken Slash! Ah, hat nicht gereicht. Die sind eben schon echt gut, die Gegner. Die sind nicht gereicht. Biest-Fan-Kart. Biest-Fan! Biest-Fan-Kart. 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 Da drüben. Biest-Fan-Kart. 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 Hier geht's mein IMPACT-Bomb! Dann mach du noch mal ein Tim Sagan Slash. Was soll ich mal? Nee, Tim Sagan Slash. Oder Purple Lightning. Ich mach mal wieder Purple Lightning. Du kannst das nicht wegwerfen! Ich füge das! Mach das! Ja! Hm... Schafft Elinor das? Den One-Hit und dann den? Ich riskiere es besser nicht! Sie hätte es geschafft! Sie hätte es geschafft! Wenn du mit mir möchtest. Crash! Oh! Das ist alles. Tremor? Nee, normale Angriffe. Geil, die blockieren sich gegenseitig. Ja! Ich weiß nicht, dass ich es nicht wert bin. Gold! Oh, ein Stab! Ahem! Machst weniger Bewegungen, aber einiges mehr schaden. YOLO! Einmal Burnflame. Und die sind eh so gut wie down. Das war's. Pferfekt. Das war so. Bist du mit dem Bord? Das war's. Das war's. Ich kann da nicht drüber. Stimmt, da ist jetzt... Wieder die Viecher. Ich mag euch nicht. Machen wir Buben. Aber die sind zu weit auseinander. Das ist das Nervige. Ich mach einfach mal einen, dann ist halt so komplett kaputt. Ist, glaube ich, besser. Machen wir mal so. Bäm, 1700. Hier geht mein Impact Bomb. Ui. Perfekt. Nein. Ja, okay. Angriff. Du musst sogar noch einmal arbeiten. Tump, 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 tump. Ah, Burnflame. Oder Hole Slash. Mach Hole Slash. Ah, mach mal den. Ah, war doof jetzt. Aber... Passiert. Tja. Hat er wohl nicht getroffen. Du-dun-dun-dun-dun-dun. Immer schön umschauen. Du-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Okay, wir müssen da lang. Ja stimmt, da war jetzt dieses Labyrinth. Ich mach mal Tremor. Und Hole Slash. Und Hole Slash. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Aber jetzt werden sie glaube ich alle down sein. Ach nee, der eine ist nicht mal drin. Ja. Aber den hat Merrick kaputt gemacht. Der eine ist nicht gutARE. Die eine ist nicht gut. Du 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 da liegt ein bisschen Gold rum war Burnen bei denen gut? Egal ich mach Tramor das war nicht schlecht dann mach ich normale Angriffe ich hätt doch Boom machen können ich glaub Boom wäre nicht schlecht gewesen Go Ryudo ja das schafft er oh der macht irgendwas Burnflang einfach irgendwen angreifen Du musst noch stärker arbeiten! Du, 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 du! Oh, da will ich bei den Büchern da was machen. Ich glaub, das hat nicht mal wer ausgerüstet, so. Hier, Strength! Du, 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 du! Machen wir da so'n bisschen Dash. Das kostet auch kaum was, das ist übelst cool. Wer hat denn am wenigsten Speed? Ich mag einfach, dass Ryu du übelst OP ist. Fünfundachtzig... Hundertfünfunddreißig... Also Ryu du ist jetzt übelst schnell, glaub' ich. Ahem... Jetzt aber... Das könnte ich eigentlich auch machen. Ist auch nicht schlecht, glaub' ich. Ich muss schaue. Hm. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich schaue noch mal weiter durch. Mhm. Hm. HP ist halt auch nicht schlecht. Aber die da unten sind, wenn ich mich nicht irre, auch immer recht gut gewesen. Aber die kann man halt erst später freischalten, wenn man hier einige Sachen gekauft hat. Mhm. Die Sache ist halt, ich bin einfach so ein Spacko und weiß nicht, was die ganzen Sachen bedeuten. Was AGI bedeutet, was VET bedeutet, was... Slowest Reduction in IP bedeutet und so. Äh, da bin ich immer so... Spacko, der halt nicht weiß, was das bedeutet. Aber ich glaube, es wäre... Es ist ziemlich gut, glaube ich. Aber ich schaue erst mal da. Ach, dann habe ich sogar vier Sterne, den Golden Hammer. Deswegen macht das so eh krass viel Schaden. Ich glaube, ich mache das einfach auch mal. Soll ich das machen? Ich mache das. Und ähm... Ja, Flyington Saken oder Beast King Smash auf vier Sterne wäre auch übelst cool, aber... Ich glaube, ich würde jetzt eher bei Skill-Dings da was reinstecken. Gibt es irgendwas, was ich unbedingt noch brauche? Ich mache Buh mal eins höher. Weil das cool ist. Den Rest mache ich einfach mal das, was halt da ist. Halva ist auch nicht schlecht, glaube ich. Also das macht alle andere... Also wenn man... Das currt alle Effekte. Alle negativen Effekte von anderen. Aber... Naja. Ich mag BABOOM freischalten. BABOOM? 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 Nö. Ah... Komm schon. BABOOM. Das ist richtig cool, BABOOM. Also ich mochte es irgendwie. Wahrscheinlich verschwende ich einfach die ganzen Sachen hier gerade nur. Er hat nur Tremor und Crackle. Er hat nur Tremor und Crackle. Als Angriff. Ahem. Bei ihr ist das alles halt so... Naja, so mittelmäßig. Bei ihm... Selbe. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt die Bücher. Ich finde die cool. Soll ich Elena noch mehr OP machen? Ich mache sie noch mehr OP. Und das mache ich jetzt auch einfach mal. Ich glaube, dass das schon einiges bringt. Genauso wie das, oder so. Genau, so wie das oder so. Sooo. Wie ich denke... Sooo. Und da hab ich die beiden eben. Maximum MP ist halt auch cool. Aber das bräuchte dann jemand anderer als Ryudo. Jemand, der coolere oder bessere Sachen hat eigentlich im Prinzip. Ich glaub, das würd ich dann eher zu Elendor geben. Sogar. Der hat zwar schon relativ viel, aber... naja. Hm. Ja. Ja.